Das kostet so eine dumme Scheiße wie immer eigentlich. Wir sind Fans von den verrückten Ideen, also... Ja, deswegen haben wir eine Hundebox, und wir sperren uns nach hier ein und gucken, wie der Läger durchhalten kann. Also es ist kein Clickberry, wir haben sich unten eingesperrt, es ist kein... Es ist ein Selbstexperiment mit Trinkmaler und Wagner Busch. Ja, Moeen! Kannst du dich an der Kamera zeigen, du Genie! Was? Alter. Wir sind ja in unserem Rollerischen Studio, kannst du mal filmen, ist grad unaufgerollt bei Werner. Wir haben gestreamt, deswegen... Ja, es ist halt das Stream, ne? Hier mit Greenscreen! Mit Greenscreen! Und Softboxen! Und Kamera! Und Scheiß-Milchbefone! Das darfst du nachher schön rausschneiden! Ich hab da mal rausgezeigt! Geil, danke dafür! Ich hab's so gemacht! Jetzt, auf, auf! Das ist ja der Boss! Oh, jetzt kann ich zoomen! Ich weiß nicht, wie kommst du zum Scheißen auf dem Trampolin mit so einem geilen Loch in der Mitte! Ich geh jetzt mal drüber reden! Wenn nicht viel rausklafen hier aus unserer Bude, guckst du? Wir werden da drinnen, werden wir nachher pennen! Richtig fett, Alter! Richtig fett da drauf! Lass das Schiff liegen! Alter! Man kann's immer noch sehen! Kommst du einen da rausfahren! Jetzt hast du's weg, ja schon ein bisschen voller gemacht! Ja, egal! Schlafen wir aber auch auf dem geilen Trampolin! Und diesen Sternenhimmel zwar nicht, aber wir haben richtig keinen Sternenhimmel! Ich weiß nicht, wie ich drin bin! Hallo! Wir sehen uns gleich, bis wir dich haben! Oder? Es ist kein Fake! Es ist... Ihr schlaft nicht drinnen! Jetzt haben wir nur Provisores rausgemacht, weil wir die Sterne beobachten wollten! Bis gleich, ihr Ficker! Wir sind gerade noch am Pokern, wie wir letzten ist! Ich fett mit Kerzen mögen wir eigentlich recht gerne! Natürlich ohne alkoholische Getränke! Wir werden gleich noch rausgehen, darauf zeigen wir euch alles inklusiv! Ja, das ist halt noch ein bisschen davor, noch ein bisschen! Wird schon Ferien und so! Wir sind jetzt hier auf dem Trampolin, das ist unser Ding, wo ich gleich schlafen werde! Und ich geh jetzt mal schon drin, ich geh eigentlich auch noch rein in dieses kleine Ding! Hallo! Und die kleine Franziska Bolle guckt aus, als wäre, alle drei mal hier! Das ist wirklich mein Hund, ne! Das ist bei mir zu Hause, hier auf dem Trampolin! Das geht voll klar, hier ist gar nicht eng! Also wir sind hier wirklich... Das ist gar nicht eng! Wir haben gerade in der Folge South Park geguckt, die wäre ja recht lustig, ne! Und dann haben wir noch hier rumgelegen! Also bis gleich, ne! Hallo Leute, herzlich willkommen! Ich bin jetzt ein bisschen, ein bisschen... Oh! Alter, hier liegen jetzt hier in unserem Ding drin, ne! Da fällt ja kein Treffer, ist auch mit dabei! Der Treffer ist ein bisschen hell, ne! Ja, wir liegen hier gerade drinnen! In unserem unter anderem Maul und... No homo! Nein! Ich streichel ihn! Ich hab's so gemacht! Ich hab ihn gestreichelt! Ich würde mal sagen, no homo ist ja nicht wirklich schwul, also... Wir sind Blutsbrüder, wir dürfen nicht schwul sein! Ja, wir sind Blutsbrüder, wir dürfen nicht schwul sein! Wir liegen jetzt gerade ein Uhr morgens... Es schneiden! Ach du! Genau! Nein, das ist doch blöd! Wir haben hier oben das Ding auf und das können wir natürlich nicht sehen, aber können wir mal die Sterne beobachten! Ähm, hier haben wir den kleinen Treffer! Der ist süß, ne! Lass ein Like! Da kommt auf jeden Fall unsere Insta rein! Weißt du das überhaupt? Auf Unity, auf unsere Playstation Community! Einfach App holen oder auf die... Einfach Goldie-Family bei Playstation-Communities eingeben! Also auf PSV eingeben oder halt auf dem Handy die App! Schreibt mit uns! Ist das gar nicht Goldie-Family öffentlich? Ja, ist öffentlich! Geil! Es ist nur ne private, aber da ist halt nix... Das ist ja übernötig drin! Also... Warum? Weil ich da meine Bilder reinposte! Okay! Das ist dumm an diesem Primarkieses! Hm! Ähm, da kann ich trotzdem wieder auf die Pinnwand gucken, was Neues! Jetzt sind wir wieder! Wir sind wieder in unserem Ding hier! Weil die sind nur so nackig, dass das nicht fliegt! Weil das einfach nicht anders ging, weil wir hier echt... Hingeengt rumsitzen! Der Hund ist, denkt sich auch immer... WTF, lass mich ja einfach! Boah, wir haben gerade ein Fahrrad... Da ist so ein Radweg da, so in der Richtung! Da kann man den Finger überhaupt sehen! Nein, noch nicht! Soll ich mal wieder Kamera halten? Ah ja, da Kamera! Ja, egal! Es war im Film! Da, da, da... Ja, in der Richtung! Also, das ist einfach... Und wir wacker mit der Kiste! So! So! Und rufen auf! Oh! 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 Ja, das war für die kleine... Oh, das war für die kleine... Oh, das war für jemand Clown! Das war für jemand Clown! Oh, du Scheiß! Wenn das jetzt die Nächste auf YouTube ist, Alter! Alter, wenn das in den Trends kommt! Da kommt sowas von in die Trends-Felden! Wer steckt sich in so ne kleine Kiste... ...auf ein Trampolin... ...und schlägt da drin! Mit dem Hund! Das ist so ganz einfach! Zu zweit ist ja noch okay! Aber noch mit dem Hund! Die denken einfach, ohne Scheiße, dass das hier fake ist! Wo geht das Ding auf? Wo geht das Scheiße, Alter? Ja, Scheiße! Wir sind ja hier gesperrt! Also... Die denken, das ist jetzt echt fake! Aber nein, es ist kein Fake! Es ist echt kein Fake! Es ist echt kein Fake! Und das Ding ist da rein! Halt! Unten das Ding ist aufgegangen! Mach zu und mach unten zu! Von den Füßen! Hast du das jetzt aufgedrückt? Ja! Seht nicht! Es ist aber an meinen Füßen! Also lass es! Es ist aber an meinen Füßen da unten! Da unten! Ich weiß nicht, ob das gehen kann! Aber lass mal an den Füßen! Komm hier! Da ist es draußen! Wir machen das eigentlich nicht raus, aber... Ich versuche halt die Füße drin zu behalten! Also hier! Aber es geht dann wirklich anders! Wenn du dir das rausdrückst... Dann legst du unten und lass mich einfach nur schlafen! Aber es ist eigentlich richtig viel mehr drin, muss man sagen! Ist ja okay! Zu zweit würde es ja noch gehen, aber mit nem Hund! Und den hier hinten noch trinken und so! Wir machen es uns unnötig schwer, Alter! Ja, mach es echt unnötig schwer! Also Trevor, du musst gleich draußen schlafen, Hund! Er sagt... Bitte draußen schlafen! Oder bitte bei uns schlafen! Die bauen den Eifer auch ins Zelt! Das ist dein eigenes Zelt-Hund! Ne, der ist einsam, Mann! Das wird vielleicht unskühlen! Das windet aber so hart! Ich hab jetzt diesen Nackengesser, aber das ist echt sonst... Du kannst... Ich stecke fest an dein Bein und an Trevor! Du kannst mal nicht auf dem Boden liegen! Ich muss doch hier so liegen! Du kannst auch auf dem Boden liegen! Ja, ich kann meinen Kopf aber nicht auf dem Boden! Hoch! Der Hund! Musst du machen, aber dann muss der Hund gehen! Bring mir den einfach rein! Nein, der Hund muss dabei sein! Wieso? Wieso muss der Hund dabei sein? Wollen wir den Hund echt wegbringen? Ich glaub, das wäre angenehmer! Soll ich echt... Wir werden uns kein Auge zu machen! Ich glaube, ich bring den Hund echt weg! Ciao Trevor! Leider, jetzt sind wir so langsam... Oh! Scheiße hell der Sonne gerade, weil die Lampe an ist! Ich hab so ganz lang gehabt, Angst mal zu schlafen! Ich hab gerade noch eine Folge, oder... Teil einer Folge ist es auch mal gesehen! Trevor haben wir jetzt weggebracht, weil der wollte nicht mehr! Und wir hatten auch noch mal auf Trevor, weil das ist echt... Jetzt krieg ich auch meinen Kopf auf dem Boden liegen! Jetzt sind ja auch in unserer Kapseln nirgends immer noch dunkel draußen! Ich würde mich nur fähig lassen! Für diese Aktion liked! Bitte einmal! Schreibt Kommentare! Wir freuen uns über alles! Außer über Hates! Hate! Hate wird sofort gesperrt! Sorry! Aber es werden wir retickeln und sagen Hate! Es war, dass es die beste Qualität ist, aber wir können auch noch mit gewissen Dingen arbeiten! Es ist halt draußen nachts, da kann man halt keine Spiegel-Flexion draus nehmen! Grease geht einfach mitnehmen! Alter! Das ist auch mal das Löfflein! Alter, ich geh noch... Gehst du noch mal pissen? Ich geh noch mal pissen, Alter! Ach, geh noch mal pissen! Lass das Klett-Teil! Das ist ja ein Fenster! Ist dir jetzt erst aufgefallen? Ich geh noch so ein Fenster! Die ganze Zeit durchgucken! Und wir ärgern die ganze Zeit die Fahrradfahrt vorbeifahren, so... Hey! Anfänger von ihm wirklich schützen! Und hier ist ja gar kein Fenster! Jetzt sind wir gerade... ...undleweil schon fertig! Wir sind gerade aufgewacht! Es ist jetzt 8.38 Uhr! Was genau die Uhrzeit sagen! Ja, auf die Punkt! Ey! 8.39 Uhr! Und die Sekunde noch? Ich meine 7.39 Uhr! Und die Sekunde noch? 1.40 Uhr! 1.40 Uhr! 2.40 Uhr! 1.40 Uhr! 4.40 Uhr! 4.40 Uhr! Ja, egal! Auf jeden Fall! Danke fürs Zusehen! Ich geh hier erstmal raus! Warte! Hat's ja ganz bisschen geregnet oder so! Stell vor, dass er mitten in der Nacht ist alles so gepisst! Und wir sind nicht nass geworden! Stell... Hör uns mal vor! Er hat nicht... Wäre das unser Problem? Jetzt... Ach! Ja, der kommt noch raus! Uuuhh, ich will auf einem Schlagel liegen! Da hab ich nicht! Also... Lass diese dämliche, dämliche, dämliche Aktion auf jeden Fall, ein Hektar! Ich höre mir nichts von die Schlagel raus! Ach, das ist wirklich ein Geschwärts! maus klar natürlich verlinkt ich wurde als linkes spät das heißt das wie du gehst online den linkes erst